servus youtube und willkommen zurück bei mir auf meinen kleinen kanal und heute seht ihr die zweite staffel von kill your friends für youtube und heute sind mit dabei la mia black oliwuzel plenty einer einer und wir haben einen österreichischen gast diesmal weil die doro leider erkrankt ist und zwar haben wir dabei den österreichischen schlüpferpiloten slippy 85 natürlich wie immer auch allerdings wieder unten in der video beschreibung und vielleicht im angepinnten kommentar und nun wünsche ich euch viel spaß mit dem video die sie sich alle hübsch gemacht haben toll die nennt es immer knurren aber es hört sich an wie schnurren eine frage das letzte mal hat uns einfach laufen lassen ja war das eigentlich ist es war das eine ausnahme von ihr oder das mache ich öfter okay okay ich mache das nur aus spaß spaß mich hast du aufgehängt als einzig aber ich sollte einzudenken geben einen einen therapeuten aussuchen verstehst es ist pizza gesicht was nein war überall merkwürdige regale mit bäckern und wir sind in der traumwelt das geht ja schon gut los doch nicht freddy kann ich doch gar nicht spielen wirklich jetzt mr pizza weiß ich nicht irgendwann vom pizza hat song ich weiß gar nicht das war hauen wie konnte man doch das ist gut wenn du sie siehst weil dann sie nicht sind also ich stehe wieder irgendwo dumm rum und weiß wieder nicht was sie machen will man konnte doch irgendwie so hüpfen irgendwo anders hin hüpfen ja also teleportieren dann musst du warten bis ich weiß nicht welche taste ich darf was ist denn m4 traumprojekt die maustasten umgelegt noch mal kann sein das ist da muss ich jetzt erstmal wieder gucken deswegen habt ihr jetzt schon wieder ein riesen einen riesen vorsprung weil ich das wieder nicht hingekriegt habe wie weiß noch was ich kann dich nicht wecken mal komisch weil hier ist irgendwas dass man sich nicht gegenseitig weg hallo wir haben uns eben nicht sagen welchen killer sie spielt aber ihr tut uns verraten das ist frech ich habe auch nicht verraten welchen killer du spielst das habe ich nämlich auch gesehen ja das ist ja jetzt auch nicht so was besonderes ich komme ich muss den gleich noch mal spiel ich komme gerade überhaupt nicht klar egal egal ich habe dich noch erwischt noch ein bisschen ich habe dich noch erwischt noch ein bisschen anknabbern wollte ich nur weißt du so ich bin weg von mir ich bin gar nicht da 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 ich muss doch mal was ausprobieren da brauche ich jemanden aber für am generator oh da ich hier sowieso in der traumwelt bin renne ich mal durch die ganze blutpfützen durch nicht mehr angezeigt ja genau deswegen ja genau deswegen oh hoppla hoppla mali hab ich noch getroffen ja ne fritz deaktivieren ja du wirst auch nicht das finde ich gut ich nicht man ich habe sie doch extra ich habe fast gesehen ich war gut ich hab sie doch extra ich habe mir gesehen du wolltest es antäuschen aber das war super oder oder ich lange ja von den besten aber nur beinahe halt macht sie das nicht wieder verloren mein gott habt ihr schon viele dinge da ich hab ja noch nicht mal einen umgegangen ach ich wünsche ich wollte ein bisschen mehr sehen ich bin gerade beschäftigt bitte oh mein gott habe ich dich jetzt wirklich das finde ich irgendwie cool jetzt muss ich dann wieder so einen komischen haken finden du hast glaube ich gerade drei mobis oder vier gemacht weiß nicht so kann ich dich nicht aufhängen ich habe jemanden aufgehangen ich habe jemanden aufgehangen und du nämlich das würde ich aber nicht mal das war jetzt aber ich bin froh dass ich überhaupt hier irgendjemanden sehr egal und völlig wurscht wer das ist wieso habt ihr denn immer noch viele paletten naja wartet mal ab und schon wieder und ich bin extra ich habe mich extra zu weit gedreht so du liegst hallo wali da liegen jetzt zwei die sind ja wieder keine haken wollte die haken wurden abgeschafft ist neues feature offensichtlich die dinge sind auch schon offen ist auch kein haken sind keine haken nicht nicht gut in das in unterschiedlichen richtungen bleibst da liegen du läufst darum sind wirklich keine haken wieso sehe ich eigentlich nie haken das ist die karte ohne haken ist da die sache hat doch ein haken das ist dein mod ja ja ich weiß auch nicht wieso aber das ist das ist doch echt nicht oder ich weiß halt nicht wie die aussehen du wirklich die in aufgehoben na dann schnell raus mit euch ja 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 auch noch blenden danke reicht ja nicht ich muss mich auch noch blenden einfach umhebel ziehen ich kann nicht hilfeschnell macht auf macht auf nein ja 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 immerhin ich habe einmal die mann aufgehangen weil ich liebe dich so dann sind wir hier durch mit der runde ich bedanke mich wie immer für euer zusehen lasst ein like da lasst ein abo da lasst kommentare da ich freue mich über alles die teilnehmenden kanäle natürlich wie immer unten in der video beschreibung oder im angepinnten kommentar oder beides schön und auf wiedersehen